Ich bin Helmut und das ist der Thomas. Wir sind aus der Schweiz und wir sind zum ersten Mal dabei. Und das ist für uns einer der grössten Träume im Leben. Mein Name ist Dani, das ist Guy und Jair. Das ist unsere erste Mal in der Transalpine. Für Jair, das ist der dritte Mal. Wir kommen hier aus Israel. Wir kamen den Tag vorher zu Garmisch. Wir sind sehr glücklich hier. Wir sind bereit für unseren zweiten Tag. Hallo, ich bin Mesta. Ich bin Julio. Ich bin Julio. Und wir kommen aus Spanien. Es ist mein zweites Mal hier. Und wir haben dieses unglaubliche Outdoor Party. Es ist toll, wirklich toll. Es ist toll, ja. Und wir kommen. I'm running We are from the Netherlands. Edward is from America. Ja, he's Bart. I'm Bart. Ed? From Zeeland. Zeeland, from the south of the Netherlands. Beautiful area. And the Defensive Rises Special, Edward. Oh man, that's the biggest thing I've ever done. Eight days in the mountains with my best friend. What's not special? It's the first time I've ever done a trail race. So we thought, let's go for the real one. It's just amazing to be out here for eight days. Just enjoy the mountains. Enjoy the spectacular scenery. And all the nice people to run with. It's so amazing. The Today The The Today Untertitelung. BR 2018 The scenery here is off the charts beautiful. Colorado, where we live, is beautiful, but this is, I think, beyond that. It's like the birthplace of trail running, I think. It's beautiful. Everything is the best. The beautiful, the atmosphere, the people. So I can't stress, no rivalization, only manage each other. It's beautiful. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. So, Stage 2. So, welcome and end. Es war ein geiler Tag und danke für alle, die an der Strecke stehen und uns applaudieren und versorgen und für uns da sind. Danke! Wir sind die Trailrun Junkies vom Trailrunning Team Vorarlberg. War absolut genial, super Veranstaltung, Plan B, grandios wie immer. Und alle für die, wo es weitergeht, die nächsten Tage, toi toi toi!